Oktav, was ist los? Woher kommt die Schesserei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Von wo kommt der Wischuss? Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller. Liebe Freunde, ich bin froh, zu begrüßen, die Mitgliedstaaten der Strukturen und der Business-Business. Sie wissen, dass Berlin auf der Artilleriefeier liegt. Er hat mich nicht. Er hat mich nicht. Er hat mich nicht. Er hat mich. Wir Russen müssen eine Eisenbahnfahrt über die Öl haben. Er hat mich. 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 Eiltes Leunaunier-Bugger. Man muss die ganze Luftwaffenführung sofort aufbringen. Das ist unerhört. Unerhört! Der Wasser steht zwölf Kilometer vor dem Stuttgart. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer... Vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn! Untertitelung. BR 2018